Moin und herzlich willkommen zu heutigen Henkes Kord. Es ist wunderbares Wetter, nicht halbwegs, es ist irgendwie halbgare Scheiße. Ich sitze aber natürlich wieder nicht alleine an den Kölner Poller Wiesen hier am wunderbaren Rhein mit dem doben Hintergrund. Denn neben mir sieht es doch schöner aus. Ist da denn was am Start? Hallo Freunde. Meine gute Freundin Antonia hat sich dazu bereit erklärt, dieses bisher noch spärlich besäte Format zu, ich sag mal, würdigen mit ihrer Anwesenheit. Es ist fantastisch, dass du hier bist, ich freue mich sehr. Herrlich, ich bin auch einfach nur, ich bin entzückt. Ich bin euphorisiert. Euphorisiert, praktisch gesehen. Ich freue mich, ich habe Bock. Was ging ab? Du warst im Urlaub. Ich war im Urlaub, es war absolut herrlich. Es ging nach Italien, da muss ich zum Camper geholt. Bella Italia. Bella Italia. Bella Italia. Es war wirklich eine Herrlichkeit. Wir haben einen Camper abgeholt in Köln. Ich sag dir Namen jetzt nicht, weil absoluter Scheißverein. Grüße gehen nicht raus an diesen Camper. Fängt ihr mit A an? Nee. Okay. Dann? Nächsten I. I? Ja, dann scheiß auf die. Ja, dann scheiß auf euch. Naja, auf jeden Fall haben wir das Ding abgeholt, sind dann runtergejockelt erstmal schön durch die Schweiz, Luzern und sowas. Herrlich. Grüß dich wohl, oder? Ja, es ist total geil, wenn man auch einfach sieht, dass es einfach Menschen gibt, die einfach auch aufstehen und irgendwie nicht den Siff von Köln sich angucken müssen. Also es ist irgendwie richtig geil. Aber Köln ist doch mausig. Wir sind doch alle hier. Ja, ja, es ist mausig auf jeden Fall. Aber wenn du halt aufstehst und guckst halt auf diesen Vierwaldstädter See da und alles ist sauber und reinlich und du fühlst dich auch unglaublich arm, dann denkst du dir doch einfach nur so, das sieht halt aus wie so ein Bridgerton-Set oder sowas. Ja, hier ist alles besser. Also in der Schweiz. Ja, ja. Ist ja wirklich so. Es ist quasi Elysium. Es ist die Obrigkeit. Ich will da jetzt hinziehen. Das meinst du jetzt auch. Ja. Siehst du dich da? Ja, ja. Kommen wir später zu. Kommen wir später zu. Nova, zu deinen Anfängen. Ich meine, ich gehe immer die Anfänge durch. Das Problem ist, ich habe, meine bisherigen Gäste waren, du bist tatsächlich jetzt aus meinem closesten Kreis. Also du bist mir wahrscheinlich am nächsten. So die anderen Gäste, das waren Gäste jetzt beispielsweise Wieland, war wahrscheinlich noch am nächsten dran. Aber zum Beispiel eine Flo Ware, die habe ich noch nicht so häufig gesehen. Und eine Jodie habe ich auch noch nicht so häufig gesehen. Aber zu jedem konnte ich immer einen weird fact raushauen. Bei dir, weiß ich nicht, was ich raushauen soll, weil ich weiß eigentlich alles. Aber die da draußen vielleicht nicht. Die da draußen vielleicht. Gibt es denn einen weird fact über dich? Ich finde immer, sowas aus dem Steh greift sich irgendwie zu überlegen. Ja, ist übel hart. Ja. Kann ich jetzt nämlich auch nicht gerade. Ich hasse, ich finde Süßigkeiten nicht geil. Ja, aber das ist ja später noch fürs Cornerbuch. Das sind Fragen fürs Cornerbuch. Okay. Das müssen wir später noch klären. Wie dem auch sei. Du hast angefangen in der ganzen Online-Szene, wenn ich jetzt nicht komplett scheiße labere, als Cosplayerin. Ja. Siehst du? Ja, komm. Dann nehmen wir das als weird fact. Wir nehmen das als weird fact. Ja. Du hast Cosplayerin. Ja, das ist crazy. Stimmt. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Genau. Ich war super lange Cosplayerin. Ich habe irgendwie 2000 und, lass mich nicht lügen, ich glaube 2013 angefangen. Das ist halt krass. Ja. 2013. 14. 14? 14? Ja. Ja. Wobei mein erstes Cosplayer war, glaube ich, sogar mit 12, glaube ich. Das war... Was hast du da gemacht? Lustige Geschichte, lustige Anekdote an alle meine Anime-Enjoyer da draußen. Ich habe Lucy aus Elfenlied gemacht. Boah, ist Elfenlied nicht voll brutal? Ultra brutal. Das war so der erste Anime... Das war so mit 12. Ja, bro. Das war der erste Anime, den ich mir angeschaut habe. Und jetzt kommt der Plotfest. Ich habe dann dieses absolute trashige Cosplay. Ich habe dann aus so Ton mir diese Ohren gemacht und so. Und auf so einen Haarreifen geklebt und sowas. Habe dann so eine richtig billige, glänzende, pinke Brücke gehabt. Und jetzt kommt der super Fakt. Ich wollte dann auf meine erste Anime-Veranstaltung gehen. So, wo man halt Cosplayt und dann so andere Leute sieht. Und ich war ja 13 dann, zu dem Zeitpunkt. Und der Fakt war, dieser Anime ist ab 18. Ja. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich verhaftet werde. Weil es ja implizieren würde, dass ich ja schon Anime ab 18 geguckt habe. Nein, nicht dein Ernst. Das sind so Kindergedanken. Ich habe gedacht, ich habe gedacht, ich kriege Stress dafür. Weißt du, was ich meine? Digga, so geil. Stell dir mal vor, die Kommstphase... Entschuldigen Sie, junge Frau. Sie haben hier ein Cosplay. Offensichtlich. Offensichtlich. Lucy aus Elfenlied. Ab 18. Hallo, klingelt es da bei Ihnen. Sie sind offensichtlich noch nicht 18. Ja. Mitkommen. Jugendarrest. Zack. Raus, die Sau. So. Da hast du den Salat. Aber es ist nicht passiert. Ist nicht passiert. Das kann man spoilern. Ist nicht passiert im Endeffekt. Tatsächlich ist das mir ja schwarz gewesen. Aber du warst dann auch dementsprechend viel auf Conventions unterwegs. Immer. Immer. Also ich war besonders in Hamburg. Gab es eine... Ich glaube, die gibt es immer noch. Falls jemand von euch sagen, die Grüße gehen raus. Die Chisai. Das ist so ein Anime-Treffen gewesen. Das war keine richtige Convention. Das gab es auch einmal im Jahr die Chisai Con. Das war dann so eine richtige Anime-Convention. Das war so ein Treppen. Alle zwei Monate. Und da hat man sich in so einem Jugendzentrum getroffen. Ach so. Und da waren halt auch alle... Da waren auch ganz viele Cosplayer auch da. Aber viele, die auch nicht gekospielt haben. Und da hast du 5 Euro Eintritt gezahlt. Aha. Dafür gab es Essen. Oh. Richtig geil. Da gab es immer so... So Reismarki oder so ein Scheiß. Nee, da gab es auch richtig geil. Da gab es auch mal so Gulasch oder so. Ehrlich? Ja, da gab es so Nudelsuppe. Gab es oft. Ähm... Ja, es gab immer... Currywurst. Currywurst. So Anime-Food halt. Aber es ist halt geil für einen Fünfer. Und du konntest trinken. Also, ähm... Ja, alle Softdrinks konntest du dir... Fünfmal Euro. Für fünf Euro, Digga. Und Eintritt, ne? Ah, dann ist das wahrscheinlich auch noch ein bisschen... Stadt Hamburg hat das auch wahrscheinlich ein bisschen so pensioniert. Ich glaube, die waren halt alle super ehrenamtlich, ne? Also, da sind dann immer so 500 Leute hingekommen. Fünfmal 500, kann ich nicht rechnen. Sorry, nochmal. Wie viele Leute? 500 Leute. 500 Leute? Ja, oder so. Also, ich glaube so 200 bis 500 Leute waren das immer so. Alt! Ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein kleines Treffen, 50 Leute am Start. Nee, nee, das war schon echt geil. Da gab es dann auch so einen Raum. Das war dann so ein Gaming-Raum. Und da haben dann Leute so von zu Hause... Manche haben halt ihre ganzen... Also, ihre PS5... Oder damals gab es gar nicht PS3 oder PS2 mitgebracht. Ja. Oder Xbox und manche hatten auch so... Das hieß Dance Dance Revolution. Das waren so Platten auf dem Boden. Ach, sind das diese Matten mit den Pfeilen drauf? Ja, genau. Wo die immer so stehen? Wo die so stehen? Das ist jetzt nur Content für einen Videopodcast. Diesen Podcast gibt es auch auf YouTube, aber auch auf Spotify und Apple. Die stehen dann so immer an den Maschinen. Ja, genau, 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 genau. Genau so, genau so. Das gab es da. Und dann gab es da auch noch einen Veranstaltungsraum. Da gab es dann so eine Versteigerung. Da wurden dann irgendwie so Anime-Sachen versteigert. Oder gab es dann Auftritte. Und es gab einen Karaoke-Raum. Da kann man Anime-Openings sagen, wir haben gesungen. Ja, und das Ganze ging auch über Nacht tatsächlich. Also man konnte dann... Dann wurden abends dann... Irgendwann gab es dann in diesem einen Raum... Und da wurden dann so Tonmatten halt hingelegt. Und dann konntest du da auch übernachten. Hä, das ist ja richtig mausig. Ja, das war richtig heilig. Und das habe ich halt von, keine Ahnung, 13 bis 18 war ich... Alle zwei Monate war ich da. Hast du noch Kontakt zu Leuten aus dieser Szene oder von diesen Zeiten? Ja, aber so ein bisschen sporadisch. Aber ich habe zum Beispiel lustigerweise auf der Games-Converse ja auch noch eine Cosplay-Freundin getroffen. Und ich frage mich voll auf, was sie machen. Ja, safe, safe. Ich meine, wenn das jetzt schon so lange her ist... Ja, und eine Freundin von mir, die kannte ich halt nicht dadurch, aber die kann ich durch die Fahrt finden. Die ist dann auch mit mir mal zu den Conventions gegangen. Katharina heißt sie. Kathi, liebe Grüße. Genau, wunderbare Frau. Die ist auch Tätowiererin aus Hamburg. Kennt ich die? Weiß ich nicht, du die kennst, ist aber eine geniale Frau. Weißt du, weißt du, weißt du den... Cat Ings heißt sie. Cat Ings. Ja, Shoutouts. Cat Ings. Shoutouts, Cat Ings. Ja. Die müssen wir mal angucken. Ja, genau. Sehr, sehr spannend. Also, dann kann man ja sagen, du bist ja aus Hamburg. Hamburg. Aus dem wunderbaren Hans-Eatern, so wie ich. So. Also ich bin der Hans-Eatern in dem Falle. Ich wollte nicht missgendern. Und bist dann auch zur Schule gegangen, wie es wahrscheinlich die meisten von uns getan haben. Abitur gemacht. Korrekt. Wie ging es weiter? Nach meinem Abitur bin ich erstmal in so ein bisschen so ein depressives Loch gefallen, wie man es halt kennt. Beziehungsweise, ich hatte ja während meines Abiturs hatte ich ja ein bisschen mentale Probleme. Aber genau, wusste nicht genau, was mit mir anzufangen ist. Hätte super viele Wünsche, Träume, Pläne, etc. Und dann kam halt eines Tages mein Vater zu mir, der bei einer bekannten großen deutschen Airline arbeitet. Weiß nicht, welche gemeint ist. Auf jeden Fall kam da halt zu mir rein. Huftglanzer. Huftglanzer. Ja, könnte es denn sein. Hansa Luft. Genau. Und dann kam er halt rein. Und dann hatte er mir so eine Bewerbungsschreibung hingelegt und meinte so, ey, wie findest du denn das? Und ich war halt so, ja. Ich habe das dann einfach nur gemacht, damit meine Eltern mich halt nicht mehr nerven. Ja, verstehe ich. Habe dann diesen Bewerbungsprozess gemacht. Und bin dann da auch zum Assessment Center hingegangen. War auch super geil. Alle waren in so einem richtigen Kostüm, weißt du, so grauen Kostüm mit so Schuhen und sowas. Weißt du, alle richtig paletti gemacht. Ja. Weißt du. Oder in blau auch natürlich, klar. Na klar. Schon mal ein bisschen so, könntest du aussehen, wenn ihr mich haben wollt. Ja, ja, ja. Das ist gut wie du. Und ich kam da halt rein und sah halt aus wie so ein pinker Bonbon. Also ich habe halt die Memo gar nicht gekriegt, dass wir uns jetzt in den Farben kleiden für dieses Interview. War das auch so angesagt, dass man so kommen soll? Ja, man sollte auf jeden Fall so businessmäßig kommen. Aha. Deswegen also hohe Schuhe, Strumpfhose, Rock, Bluse und ich hatte noch so einen Blazer. Und genau, dann hattest du dann einen psychologischen Test. Dann hattest du einen Englisch-Test und dann noch mal so ein allgemeines Motivationsgespräch. Ja. Ja, hat irgendwie alles komischerweise dann doch aber funktioniert. Wollte mich haben. Und dann bin ich halt kurzerhand einfach... Also es war irgendwie so, ich habe das einfach gemacht und dann einfach, ich bin einfach weitergeschwommen, weißt du. Mhm. Und... Das hat irgendwie... Ja. Das ist Lauf. Ja, das ist Lauf. Das ist not run. Und ich dachte mir dann so, okay, wenn ich mich haben wollen, dann machen wir das mal, ne? Ja, gehen wir rein. Und dann habe ich halt, wie gesagt, angefangen, war ich dann in diesem Lehrgang und in der Ausbildung. Das ist ja kein Ausbildung, das ist ein Lehrgang nur. Ja. Habe das dann gemacht, irgendwie über drei Monate. Und dann kam auch schon der erste... So, flog geht das? Ja. Ja, beziehungsweise, genau, ich glaube drei Monate. Aber du bist noch ein halbes Jahr... Oder ein halbes Jahr. Und dann bist du noch mal ein halbes Jahr in Probezeit. Ah. Genau, und dann habe ich das gemacht. Und dann war halt mein erster Flug. Und das fand ich so geil dann. Wohin ging der? Weißt du das noch? Mexico City ging der. Als ob dein erster Flug war direkt so ein Brett. Ja. Ach du Scheiße. Ja, man hat nämlich zuerst Langstrecke und dann hat man eine Kurzstrecke. Kommt immer auf die Airline drauf an. Ach, ist das so? Pick mal mit Langstrecke an. Also du hast verschiedene Führerscheine für die Flugzeuge tatsächlich. Und bei uns war das so, dass wir zuerst eins für die großen Flugzeuge bekommen haben. Ja, da war mein erster, ging nach Mexico City. Das weiß ich auch noch genau. Wie alt warst du da? 18. Gerade 18? Ja. Oh, und ich hatte noch die schlimme Zahnspange. Das war auch noch so krass. Ich hatte ja so eine heftige Zahnspange, weil die mein Kiefer hätten ja brechen müssen und so was. Aber mit so Gerüsten. Nicht draußen rum, aber im Mund so Gerüsten mit so Metallsternieren, die es aussieht wie ein Transformer. Ja. Ey, bei mir war aber auch halb Gondor drin. Ja, ja, ja. Ganz, 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 ganz schrecklich. Es war wirklich, also... Jeder, also, wer Zahnspangen-Game durchgegangen ist, ich hatte meine, glaube ich, zweieinhalb Jahre. Jeder kann relate, wie schrecklich das ist. Immer dieses Nachziehen. Ich hatte das ja auch zweimal. Nie. Ich hatte von 16 bis 17 eine Zahnspange, da wurde ich ja komplett fehlbehandelt. Sah wirklich aus wie Gollum. Also, so 2017 oder so gibt es auch so Stream-Aus-Shirtchen, die kann ich nicht mehr... So ein Zahnlück und so Sachen? Nee, auch so Zähne komplett, einfach Kraut und Rübe einfach. Über bis irgendwie... Also, und dann meine Zähne waren so nach vorne gekippt, weil ich lispel. Also, es war wirklich komplett verrückt. Du hast gelispelt? Ja, ich war Logopädie ganz lange. Ach, ehrlich? Ja, ich war Logopädie. Ja, sie sind weggeblieben. Ja, muss ich gerade sagen. Ja, ja, genau, weil ich... Oh, jetzt achte ich die ganze Zeit drauf, dass ich nicht lispel, aber ich hab, genau, ich lispel, beziehungsweise früher war das halt auch noch sehr viel schlimmer, dass ich immer so geredet hab. Ach, wirklich? Ja, ja, ja. Und deswegen, das Lustige ist, wenn ich betrunken bin oder richtig müde, hat man das immer so ein ganz kleines bisschen. Ich hab, ich schwöre bei Gott, wie lange kennen wir uns jetzt? Wie kennen wir uns jetzt seit? Kam, 2017, 2018? Ey, scheiße, voll lange schon. Ich glaub, 2017, 2018 in den Dreh. Und sind, entsprechend auch, ich sag mal, haben wir uns ja früh angefreundet. Ey, mir ist das nie auf... Also hättest du es nicht gesagt? Das wäre jetzt der Weird Fact gewesen eigentlich. Das ist der Weird Fact, wenn ich gedacht hätte, dass Starlet Nova mal richtig krass am lispeln war. Ja, also ich war jetzt nicht so, kennst du Leute, so reden die ganze Zeit? Das war ich jetzt nicht. Was ja auch noch überhaupt nicht schlimm ist, aber das ist halt auch... Dadurch ist halt auch die Zahnfehlstellung entstanden und ja, hat sich anscheinend gelohnt da. Würde ich mal sagen, Logopädie, wenn du es nicht hast. Ne, ey, hat sie gut gemacht. Oder er. Logopäde? Ne, man ist sie. Man ist sie. Ja, das war richtig crazy bei der Ultra, der Random Fact jetzt. Aber die wurde mal vom Blitz getroffen und deswegen hatte die an ihrem Hals, die hatte währenddessen eine Perlenkette um und diese Perlen sind geschmolzen und waren praktisch wie so Farbflecke in ihrer Haut. Ne. Das war so crazy. Du verarsch mich jetzt. Nein, wirklich? Ehrlich? Wirklich, ja. Aber ist das cool aus? Übel cool. Hä? Ja, und als Kind ist das so, ich glaube, als Kind checkt man gar nicht, wie crazy selten es ist, einen Menschen zu treffen, der vom Blitz getroffen worden ist. Ja, ultra. Und das war einfach so meine Logopäde, weiß ich, ich habe natürlich drüber nachgedacht und ich dachte, deswegen dachte ich auch eine lange Zeit, dass so vom Blitz getroffen werden so eine Sache ist, die so happens, weißt du so, dass das so ein Ding ist, so passiert. Da muss jeder mal durch. Ja, als ob das so eine Gefahr wäre, über die man sich so täglich Gedanken machen muss. Da muss jeder mal. Ja, ja. Ey, krass, 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 krass. Und dann bist du erstmal rumgeflogen, du warst viel unterwegs. Ja, ganz viel. Da hatten wir auch schon mal, glaube ich, hast du bestimmt mal drüber gequatscht. Was war so, wo du sagst, boah, das war eigentlich der krasseste, die krasseste Reise? Weil es ist ja so, auf Langstreckenflügen, wenn ich das jetzt richtig im Sinn habe, dann habt ihr ja erstmal ein, ich glaube zwei, zwei, drei Tage Aufenthalt in dem jeweiligen Land, wenn es halt richtig weit weg ging, bis ihr dann wieder weiter zieht. Genau, bis wir dann jetzt zurückfliegen, genau. Wo sagst du, wo du gerne wieder hin wirst, wo du sagst, boah, das war eine Bombe. Kapstadt. Kapstadt? Ja. Südafrika. Würde ich auch voll gerne. Großer Kapstadt-Fan. Was mit Barcelona? Ja, Barcelona, klar, aber es ist ja nicht so weit. Ist das dein Lieblingsland? Barcelona, mein Lieblingsland? Barcelona. Kennst du das nicht? Nee. Kennst du das nicht? Ach, vom Drachen. Ah, Barcelona. Barcelona. Ey, schau doch an den Drachen. Wir haben richtig verkopft gerade ausgeholt. Wirklich Olle Reiner. Kapstadt. Ja, Kapstadt fand ich sehr cool. Ich fand Rio de Janeiro auch sehr interessant. Boah, das sind, ja. Copacabana. Oder Copacabana? Das sehe ich dich auch. Das war herrlich. Ja, war ich auch. Ey, da war ich auch so hackendig. Ja. Das war so blöd. Also das, wir hatten einen, ich kann die eigentlich so, wir können eigentlich fünf Podcast-Folgen über all die Sachen machen, die wir mal auf Bord oder während dieser Arbeitszeit verziert sind. Vielleicht eines Tages in einem Jahr, das, äh, Comeback. Comeback. Sehr, sehr stressig. Wie ist der Ablauf, beziehungsweise wie sind die Schichten auf so einem Flug? Sagen wir mal, du fliegst jetzt, hm, wie lange fliege ich immer nach Rio? Zwölf Stunden, glaube ich. Zwölf Stunden. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt ansage, zwölf Stunden fliegt ihr. Wie ist das aufgeteilt? Hm, also, du kommst ja erstmal, bist du, da gibt es halt verschiedene, wir haben ja so eine Basis, ne? So am Flughafen. So, dann, also dackelst du dann erstmal dahin, gibt, also Frankfurt oder München, ja. Gibst erstmal Prosecco für jeden. Schön wär's. Schön wär's. Ey, wenn du blöde Sachen baust, dann hast du auch Kaffee ohne Kuchen, ne? Ah, ja. Äh, genau, gehst du dahin und dann musst du dich erstmal einchecken, dass du halt vor Ort bist, ne? Dass du da bist. Aber eigentlich fängt ja auch die Arbeitszeit theoretisch zu Hause an, wenn du dich schminkst, wenn du dir die Uniform anziehst, wenn du dich fertig machst, wenn du dich auf dem Weg... Schon gezählt? Nee, leider nicht. Ich kenn dir, das kommt gleich ein Funfact ab, wann Arbeitszeit gezählt wird, deswegen hol ich jetzt grad so aus. Okay, okay, okay. Wird spannend. Wird spannend. Ich warte ab, ich warte ab. So, dann bist du halt da auf der Basis und dann, ja, meistens hast du halt genug Zeit, dass ich halt immer gar keinen Bock gehabt, mich irgendwie stressen zu lassen oder überhaupt in die Gefahr zu kommen, so spät zu kommen. Deswegen war ich immer super früh da, kannst du ein Käppchen trinken, weil es so schön. Lecky. Triffst du manchmal auch, wenn du richtig viel Glück hast, auch mal Kollegen, mit denen du schon mal geflogen bist, ist herrlich. Aber ist relativ unwahrscheinlich, weil es viele sind. Ja, in München war das, also ich war ja zuerst in Frankfurt und dann in München und in München ist das öfters vorgekommen, also dass ich mal so zwei, drei bekannte Gesichter wieder gesehen habe, aber in Frankfurt, also da sind, ich glaube, 20.000 Flugbegleiter oder so. Das ist krank. Deswegen immer, weil Leute sagen, ja, meine Freundin und ich von meiner Mutter macht das auch. Ja. Deswegen, manchmal eine Klang immer. Ja, kennst du die? Die Karin? Die Karin? Auch ohne Nachnamen, aber auch noch ich so. Ja, die hat so, die hat so Strähnen. Oh ja, nein. Hard. Genau, und dann bist du da, das ist so ein Briefing, dann trifft man sich in so kleinen Besprechungsräumen und dann kommt das Cockpit rein, dann lässt du das Cockpit kennen und dann die ganze Crew, auch die anderen Flugbegleiter alle und dann wird der ganze Flugdurchgesprochen, also im Sinne dessen, wie ist die Flugroute, wo fliegen wir lang, was gibt es für Besonderheiten. Wenn da auch so, wenn, jetzt Beispiel, wenn da jetzt so ein Promi mitfliegt, wird der da auch erwähnt? Ja Mensch, manchmal. Reihe 3 sitzt der, sitzt der Matthias Schweighöf. Manchmal im Sinne, also eigentlich sehr selten, aber manchmal im Servicemäßigen zum Beispiel, ich hatte mal Helene Fischer an Bord und ihren Mann oder ihren Freund sozusagen. War das noch? Es war nicht das Silbereisen. Es war nicht das Silbereisen, der war es nicht. Nee, nee, nee. Ja sowas zum Beispiel und da. War es doch die Zeit vom Silbereisen, weil dann mit Spicies, Freunde. Oh, das weiß ich leider nicht. Ich glaube aber nicht, nein. Das ist doch nicht das Silbereisen hier. Ja. Frau Fischer. Frau Fischer, das ist ja in Helos. Nee, nee. Und da wurde bitte halt zum Beispiel gesagt, dass wir halt einfach drauf achten sollen, dass die in Ruhe gelassen wird. Ergern sie nicht. So, dass halt nicht schon jemand nach hinten von vorne kommt oder so. Aber sonst, nee, solche Sachen nicht. Einfach, dass sie, dass halt das, ne? So, dass einfach... Hast du mal so einen richtig krassen Anboard gehabt, wo du sagst so, irgendwie Frau Merkel oder so einen Scheiß? Nee, das war ja nicht. Oh, ich hatte mal einen. Das, wie... Ey, der da... Wegen dem haben wir 20 Minuten gewartet, ne? Wie heißt denn der? Politiker? Ja. Olaf Scholz, Digga. Grüße genauer. Das ist unser Bundeskanzler, Nova. Ja. Ich habe gerade an Hamburg gedacht, Digga. Ja, da war der Bürgermeister. Weißt du, der Bürgermeister war es halt nicht zu der Zeit. Der Bürgermeister war es halt nicht zu der Zeit. Deswegen aber... Gut, ja, stimmt. Olaf Scholz, Digga. Olaf Scholz. Ja, wie hieß der denn doch gleich? Ja, ich habe richtig einen Brain-Lag gehabt. Ich habe nämlich die ganze Zeit das mit... Klar, er ist so... Aber andererseits habe ich das auch mit Assoziativ gehabt, weißt du, so mit... Ich bin aber Hamburgerin, Digga, weißt du? Ja, klar. Das ist mein Bürgermeister war. Ja, klar, das ist irgendwie jupf so, ja. Nee, nee, genau. Den habe ich einmal gesehen, der war bei uns an Bord. Ach, krass. Aber auf so einem Kurzstreckenflug, also nicht kurz, nicht lang oder so. Habe dem und ich geredet, habe hinten gearbeitet, ne? Konnte sich sagen, ey... Herr Scholz. Super, Herr Scholz, ne? Herr Scholz, was war da los mit dem Ex, ne? Herr Scholz, was war da los mit dem Ex, ne? Und sonst... Scholle, wie ich ihn noch nenne. Scholle. Scholle als Freund. Nee, geil. Nee. Gab es sonst irgendwelche Sachen, also irgendwelche Leute, oder internationale, wo du sagst, boah, Alter, George Clooney? Nee. Das Ding ist halt, ab einem gewissen Level fliegen die Leute ja auch... Privatjet. Ja, was nicht Privatjet, ne? Was auch total umweltschädlich ist. Nein, nein. Ist total doof, macht's nicht. Also, als ob ich jetzt die Chance habe, mich ein Privatjet zu kaufen, ist auch wieder die Geschichte. Ja, auch nicht, ne? Lass mich drüber reden. Aber sonst... Ich hab mal gehört, dass... Also, Kolleginnen von mir hatten beispielsweise Paris Hilton mal an Bord. Oh, Frau Hilton. Die soll super süß gewesen sein. Ich glaube, die ist auch voll nett. Ich glaube, das war auch voll... Ja, die ist halt unglaublich intelligent, die Frau, ne? Real Talk. Ich hab damals immer dieses The Simple Life. Ja, geil. Mit Paris Hilton. Und das war doch Nicole Richie, die Adoptivsparte von Diana Richie. Und die war noch da immer so zusammen da unterwegs. Aber war da nicht Kim Kardashian? Hat die da auch nicht irgendwie stattgefunden mit Paris Hilton? Ja, ja, ja. Die war ja die Personal Assistant von Paris Hilton ganz lange. Voll abgefahren, ne? Ja, und jetzt einfach... Jetzt sind sie wahrscheinlich reicher als die. Oder meinst du? Das Ding ist halt... Wer ist reicher, Paris Hilton oder Kim Kardashian? Ich glaube, bei Paris Hilton ist das so ein... Es ist Schläver. Das ist Schläver. Ganz viele checken gar nicht, wie viele Businesses die Frau hat. Pervers. Also, die hat so viele... Die hat Businesses. Die hat richtig... Businesses. 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 Schicka Binnis. Schicka Binnis. Ja, die ist wirklich... Also, die hat ja super viele... Ist dann super viele Sachen immer... Wie hat auch aktientechnisch und so... Die Frau ist halt super schlau. Die wusste einfach, wie man sich vermarktet, ne? Also, ey, hier Dings, Jay-Z und Beyoncé, Bruder. Die haben Reibach des Todes. Das sind Milliardäre. Ja, ja. Was los mit denen? Ja. Denen geht's richtig gut. Ja, die haben sich gerade irgendwie für 200 Mille oder so... Ne, ich glaube nicht sogar Mille. Ich glaube sogar eine Milliarde, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Unglaublich viel Geld hat sich in der Villa gekauft. Gibt's Villen im Milliardenwert? Ne, ich glaube... Da habe ich gerade scheiße gelabert. Ich glaube, es sind 200 Millionen. Okay, ja. Aber ist ja auch... Also, ist ja auch... Ist auch genug. Peanuts, würde ich mal sagen, ne? Das ist so weit weg. Das ist so weit weg. Und ich habe auch das Gefühl, ab irgendeinem Level macht's da noch was aus. Denkst du dir, guck mal, jetzt habe ich 30 Millionen oder ich habe 100 Millionen. Ey. Weißt du, das sind doch irgendwann so... Es wird irgendwann Rille. Ja, ich soll mir mal eine schenken, würde ich einfach mal sagen. Weißt du, was ich meine? Ja! So, hast doch genug jetzt. Reicht doch jetzt hier, Bezos. Ja, guck mal. Ich denke mir das auch so bei Elon Musk, wenn du dir das vorstellst. Guck mal. Eine Million. Viel Geld. Viel Geld? Ja, ultra viel Geld. Dann hast du so, gehen wir mal so auf 10 Millionen, 100 Millionen. Dann hast du 999 Millionen und dann eine Million drauf, du bist jetzt bei einer Milliarde. Und das hat Elon Musk einfach 178 Mal. Bruder, was ist das? Das ist doch so dermaßen viel Knete. Wie soll ein einzelner Mensch das finden? Der könnte ein ganzes Land kaufen, wenn der Bock hätte. Der könnte alles mal. Der könnte auch... Mann, der steht Raketen hoch. Der könnte halt auch Welthunger beenden, ne? Das ist halt auch die andere Sache. Ja, qua ey, sowas. Ja, auf den. Also ich weiß, ich weiß, es ist bestimmt teuer, aber. Aber das ist ja eh so ein super schwieriges Thema. Ja, aber gib doch ab. Ja. Gib doch was ab. Ja. So irgendwie mal, mach wenigstens, mach doch ein Viertel wenigstens. Viertel hast du auch schon viel erledigt dann. Ja. Ja, aber... Steck mal nicht drin, ne? Steck's nicht drin. Steck's nicht drin. Steck's nicht drin. Steck's nicht drin. Auf jeden Fall hast du dann Lufthansa. Wann ging das ganze Streaming für dich weiter? Ich hab ja 2016, 2017 angefangen mit Streamen. Aha. Du hast dann gemacht bis nach Abi und dann Fliegerei. Ich hatte halt keine Zeit mehr dafür dann. Weil ich ja vollkommen gearbeitet hab. Das war auch echt viel Zeit, die da auch flöten geht. Nochmal zu dem, ab wann Arbeitszeit, ne? Digga, das hab ich voll verloren, ja. Ist doch gar nicht egal, aber du hast ja dieses Briefing, weißt du? Dann gehst du aufs Flugzeug, bereitest das Flugzeug vor, also machst schon alle Service-Sachen und so. Checkst das ganze Flugzeug durch, ob da nicht eine Bombe versteckt ist und checkst alles durch, ob alles in Ordnung ist. Also du hast so eine Checkliste. Hat jemand die Brille liegen lassen, so. Natürlich auch solche wichtigen Sachen, klar. So, dann kommen die Gäste rein, begrüßt die Gäste, gibt's in der Business Class, beispielsweise die ersten Getränke und sowas, macht das alles fit. Und dann lassen sich ja alle hin, glücklicherweise. Alles kontrolliert, alle sind angelascht, angeschnallt. Und man macht sich vom Acker ab dem Moment, wo die Rollen des Flughauses sich bewegen, werde ich bezahlt. Du verarschst mich. Ja. Ja, wirklich erst dann. Ja, und wenn man dann ankommt in, keine Ahnung, Tokio und das Flugzeug hält, dann ist meine Arbeitszeit auch vorbei. Bedeutet, die eineinhalb Stunden ins Hotel dann oder die ganzen Gäste rauslassen, etc. Das ist crazy, ne? Ja, vor allem gerade, ich denke mir, du bist doch in der Gäste... Daher kommen auch die wenigen Stunden, also warum man denkt, guck mal, das sind ja wenig Stunden. Man hat so eine 40 Stunden, so zum Beispiel im Monat, was ja super wenig ist, aber... Du bist halt weg. Ja. Ja, du bist halt zur Verfügung. Warst du auch so auf Bereitschaft? Ja. Dann hattest du auch so Bereitschaftssachen, dass du halt sagst so, hey, pass auf, Nova so und so, du musst bereit sein, hier, pass auf, dann klingelt es durch, drei Uhr morgens, irgendein Arzt will nach Tokio. Korrekt. So, weil die Annegret ist wieder krank geworden. Ja, die Annegret hat wieder die Kotzerei. Und dann geht es aber... Dann tut die Garotti ab. Aber es ist doch krank, dass du überhaupt nicht weißt, wo du als nächstes hinkommst. Ja, du hast halt immer, also ich hatte Sachen für Moskau gepackt, aber auch für Bikini für Rio de Janeiro, ne? Das kann ja alles immer kommen. Stimmt, musst du ja für alles vorbereiten. Ja. Wie ist das, hattest du auch so... Was waren so Ziele, wo du sagst so, boah, Abfahrt, gar kein Bock? Wir haben ein Ziel, das heißt Port Harcourt und das ist in Nigeria. Ja. Und bei dem ist es so, da musst du, also man sollte Malarone davor auch nehmen, also als Malaria-Prophylaxe. Und außerdem ist es so, dass es ein Gabelflug ist, also dass du einmal zwischenlandest und dann wieder weiterfliegst, so und dann neue Gäste einsteigen, manche Gäste aussteigen. Ach so. Und es ist so, dass du, du bist abgeholt erst mal vom Flughafen mit einem gepanzerten Konvoi von der Polizei. Oha. Mit so Leuten mit so einer AK-47, die stehen auch bei dir vor deinem Hotelzimmer die ganze Zeit, du darfst das Hotel nicht verlassen. Also so richtig so Hochsicherheit. Hochsicherheit und, also an sich ist es da ganz schön, weil es halt warm ist und das Essen ist da sehr lecker, aber es ist schon heavy auf jeden Fall. Also viele haben da auch nicht so Lust hin, aber ich fand es nicht schlimm, ich war einmal da, das ist so ein Flug, wo du halt sagen kannst, ich will nicht und dann musst du auch nicht begründen, warum. Aber interessant zu sehen, aber wie ist dann, ich sag mal, die Freiheit da irgendwie rumlaufen zu können, ist ja da wahrscheinlich immer irgendwie begeistert. Ja, du kannst halt im Hotel rumlaufen, ne? Im Hotel, ja. Aber du darfst aus dem Hotel nicht raus. Das ist ja auch scheiße. Und dann bist du da wie lange? Zwei Tage? Ich glaube eineinhalb Tage oder so. Okay, ja, das geht noch wahrscheinlich. Ja, besorgt man sich, isst was, yalla. Und dann geht es irgendwie mal, dann geht es wieder nach Tokio oder sonst wohin. Siehste. Streaming ging dann weiter, du bist dann irgendwann zurück. Was ich weiß, du wolltest, glaube ich, mal studieren oder hast studieren angefangen. Studium angefangen. Was war es? Ja. Soziale Ökonomie, was eigentlich nur BWL mit Soziologie Schwerpunkt war. Und wenn man bedenkt, dass ich ungefähr vier Notenpunkte hatte in Mathematik während meiner gesamten Laufbahn. Ja, das ist irgendwie eine sportliche Richtung, die man so einstiegt. Ich würde mir vielleicht so auffallen müssen, dass das vielleicht nicht ganz so der Weg ist, der jetzt für mich so richtig ist, akademisch gesehen. Besonders, da ich auch immer eher so ein Girlie war, so Meeresbiologie, ne? Ich finde, Archäologie, Geschichte nimmt mich komplett auseinander, finde ich super geil. Ja. Alles in so eine Richtung, wie gesagt, Meeresbiologie, Topnotch, Psychologie, auch sowas ähnlich. Oh Mann, Sozialökonomie, oder? Klingt ja ähnlich, ne? Reimt sich auch ein bisschen. Psychologie, Sozialökonomie, ne? So, und wie viel Zeit rechnen wir zwischen Eingetragen und Exmatrikulation? Einen Monat. Zwei. Wirklich? Das war ein Quick Run. Das war ein Quickie. Wie kam denn die Entscheidung? Wie oft warst du da, dass du dann gesagt hast, nein? Gar nicht. War ja während Corona, war ja alles online. Stimmt. Und ich habe halt auch schon den kompletten Bruch geschoben, weil ich einfach auch weitaus zu dumm war, um überhaupt zu checken, an welchem verdeichselten, verkrypteten Ort ich denn meine E-Mails empfange, meine Un-E-Mails und wo ich mich denn da wo eintragen muss, was das für Punkte sind. Also all diese Sachen, die halt wegfallen bei so einer Ersti-Woche, wo man halt mal so gesagt bekommt, so, ey Digga, du weißt schon, dass du so deine Punkte verteilen musst. So Infoabend und so ein Scheiß. Ey, war halt alles gar nicht vorhanden. Und das hat mich dann gebrochen. Und dann, als ich halt auch den Stoff mir dann angeschaut habe und mir gedacht habe, ey, ich muss loslassen. Du musst wirklich loslassen. Ja, da hast du losgelassen. Ja, da habe ich auch gedacht, ey, er hat mich ja auch eigentlich doch nicht interessiert. Ich wollte doch eigentlich nur studieren, weil ich das Studentenleben haben wollte, weißt du? Das ist ja, okay, das sehe ich. Kann ich dir im Nachhinein sagen, ich habe ja auch so, es ist ja so Art Studium gewesen. War auch geil. Ist geil. War witzig. Und dann habe ich ja nebenbei mit Streaming angefangen. Und du warst dann ja auch recht zügig beim Streaming wieder dabei, dass du dir mehr Zeit dafür genommen hast in einem kleinen Lütten-Tiny-Haus. So. In dem Lütten-Kleinen-Tiny-Haus in Hamburg. Und dann war aber zwischendurch eine Phase, daran erinnere ich mich, wo du dir gar nicht mal so sicher warst, ob du das weitermachen willst und wie du das weitermachen willst. Jo. War halt so ein Punkt, an dem ich mir gedacht habe, also ich habe das Gefühl gehabt, ich trete halt auf der Stelle. Also nicht, dass ich irgendwie eine Erwartungshaltung habe oder die Ambitionen hatte, wenn du mir gesagt hast, ich muss jetzt die Beste werden von allen. Aber man macht ja was, um irgendwie zu improve und irgendwie so ein bisschen voranzukommen. Genau, man macht ja Sachen, um besser zu werden, beziehungsweise so, um einfach sich weiterzuentwickeln. Und sei es aus Spaß raus oder was auch immer. Oder aus, genau, aus was auch immer. Und das hat mir unglaublich viel Spaß bereitet, aber ich habe halt irgendwie gedacht so, ey, das mache ich ja eigentlich. Weißt du? Ja. Ja. Und ich war auch irgendwie so ein bisschen unzufrieden mit allem, mit mir auch größtenteils. Und dann hatte ich aber beispielsweise auch mit dir ein Gespräch. Ja. Was mich sehr vorangebracht hat. Ich glaube, ohne den Mann würde ich heute hier nicht sein, wo ich bin, Leute. Ich bin ziemlich sicher. Oh, ja. Ja, ist ja so. Ich weiß doch, da saßen wir mit Murat zusammen, saßen wir da. Ich habe noch, ey, das war, ich weiß gar nicht, da waren, glaube ich, meine Tattoo-Arzten damals in Hamburg. Und dann musste ich aber noch Podcast-Folge aufnehmen, weil habe ich da bei dir Podcast-Folge aufgenommen. Ja. Und ich glaube, das war, da war ich das erste Mal bei dir zu Hause. Ah, stimmt. Ja, 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 genau. Aber ich glaube nicht, dass du das erste Mal, wir haben uns vorher schon gesehen, auf jeden Fall. Aber ich war das erste Mal bei dir zu Hause und dann saßen wir noch bis, ich glaube, sechs Uhr morgens saßen wir da. Ja. Das war irgendein, das war Sommer, glaube ich. Ja, 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 das war auch super warm. Das war richtig geil, wir saßen draußen, sind wir später rein. Ich glaube, das war ein wilder Abend, aber das war auch ein sehr deeper Abend. Ja, das war wirklich, also gesprächstechnisch war das auf jeden Fall, da hat es wirklich richtig Klappus drin. Das war, ja, da hat es richtig geknallt, das war Seenstript, die ist dann Urgroßvater. Wirklich. Das war wirklich alles durchgegangen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Punkt gewesen, was unsere Freundschaft so manifestiert hat. Definitiv, definitiv. Also, ich bin noch so jemand, ich bin gar nicht so ein Fan von Smalltalk. Ich bin sehr gut da drin, würde ich behaupten. Ich bin eine Schnackerin. Kleiner Take, kurz, wir machen eine kleine Abbiegung. Weißt du, was ich immer schlimm finde? Wenn Leute auf Tinder sagen, kein Smalltalk. Das ist Quinch. Wo ich halt sage, das ist doch die Basis. Nee, das finde ich absolut dumm. Also, das Problem ist halt, Leute, die sagen, sie machen keinen Smalltalk oder finden Smalltalk richtig scheiße, sind halt scheiße im Smalltalken. Und, aber wenn, dann sind es auch die größten Smalltalker, weil sie gar nichts, aber die auch nicht mal tiefere Gespräche irgendwie gebacken kriegen. Genau, und das ist halt das Ding, ich liebe so dieses Smalltalk-Kram und so, aber das Ding ist, dann kommt man bei mir halt nicht auf einen tieferen Level. Nee. Und dadurch, dass wir, glaube ich, uns, als wir direkt uns unterhalten haben, also auch durch Flugbegleiter sein und sagen, ich bin Smalltalk-King. Ja. Ich kann dir über jede Scheiße reden. Ja, ja, geil. Es ist mir komplett egal und dann so, ich labere dich auch dicht und dann, ja, ja, schön, ja, wunderbar, wunderbar, herzlich, wunderbar, schön, 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 schön. Ja. Aber ruhig ihn, ja, ja, ja. Auf jeden Fall, dadurch, dass wir halt so intensiv miteinander geredet haben, so habe ich halt auch ganz andere Seiten irgendwie von dir ja kennengelernt, die dann halt auch, ja, mir imponiert haben, weil ich halt die irgendwie auch gesehen habe. Und dann, ich glaube, dadurch hat das Ganze halt so stattgefunden. Hätten wir auf diesem Level, wenn wir geblieben, dann wäre anders gelaufen, sagen wir mal so. Fuck. Na gut. Ja, die Widermäuse. Die Widermäuse. Ja. Sogar am gleichen Tag, ne? Am gleichen Tag, Ceter, Vierter mit Erik und den einen von der Außenseite, der noch nicht den Verstand verloren hat. Guck mal. Mit Dima. Wo wir gerade vom Verstand verloren haben, aber ich weiß nicht, ob ich das ansprechen darf, aber wer im Moment auch so mit einer meiner, so der unterhaltsamsten Leute ist, die ich im Moment verfolge, ist tatsächlich Julian Zietloh, ne? Darf ich es ansprechen? Darf ich es? Ja, natürlich. Du sagst alles ansprechen in der Corner. Digga, aber... Aber Julian Zietloh ist ein hartes Thema. Ja. Weil Julian Zietloh, der hat ja jetzt irgendwie seine... Also kurz, um das aufzuhauen, Julian Zietloh ist so ein Fitnessunternehmer. Genau, der war ja von Rocker Nutrition, das ist mit einer der Gründer von Rocker Nutrition. Ja. Hat ja auch Frau und zwei Kinder, ist dann nach Thailand gegangen. Das ging super. Ey, der Asche, Asche, super Frau. Ja, mit der Frau zusammen, zwei gesunde Kinder, herrlich, ist dann wie gesagt nach Thailand gegangen und ja, hat da irgendwie Drogen konsumiert und hat einen Selbstfindungstrip gemacht, ein bisschen Ayahuasca und hat auf einmal realisiert, ist glaube ich ganz geil tatsächlich so eine Russin hier zu knallen und ja, auch tatsächlich einfach meine Frau und die Kinder zurückzulassen, das ist eine Megasache. Also das ist ja, also sowas Mystisches habe ich auch ewig nicht gehört. Ja, auch die Sache mit Flair alles, es hat mich wirklich auf allen Ebenen... Was ist denn mit Flair? Der hat erst mal Flair angemuckt und gesagt, dass Flair einen kleinen Schwanz hätte. Warum? Lass doch Flair in Ruhe, Alter. Digga, olle Flair, was kann ich mir dafür? Was ist los mit Flissi, Alter? Lass ihn. Er hat mit Flair ja damals trainiert, er war sein Personal Trainer, glaube ich. Ach so. Und jetzt kommt auch die zur Spitze, dann ist er wieder nach Berlin zurück und dann meinte er, da haben die sich online gebüft, wirklich, und dann meinte er auch dann irgendwie Flair so, jo, lass treffen Berlin, weißt du so. Ja, wie Flair das immer macht. Digga, auf einmal, Julian Zito landet in Berlin, hat RTL-Kamerateam dabei und ist einfach nur so, Digga, so, wo ist Flair? Die wollten sich einfach keulen, die hat einfach ein Kamerateam dabei gehabt. Nein. Ich kann das alles nicht, es ist alles, ich lebe einfach in einer Situation. Ich will das Thema auch gar nicht so austreten. Reg, das ist doch geil, ich bin da einfach so reingeworfen worden. Aber auf jeden Fall, das haben wir halt assoziativ alles gesagt, das Verstand verloren. Das hat direkt bei mir was gekriegt. Und es musste raus. Es musste raus, es musste raus. Ich bin tatsächlich in New York und Zito-Thema wirklich nur sehr oberflächlich drin. Jetzt aber, wo ich, ich bin gerade inspiriert, ich bin inspiriert, ich muss mich vielleicht ein bisschen reinlesen. Ja, ja. Ne, pass auf, und dann hatten wir, wir hatten diesen Abend, dieses tiefe Gespräch, wo ich dann eindringlich, beziehungsweise wo Murat und ich eindringlich gesagt haben, Ole Nova. Nova, Junge, Hacken und Teer, das poppt. Ja. Und ich will, ich will nicht den machen, aber Lütten-Henkmann hatte recht. So. Kuss. Dann ging es nämlich, denke ich, vorwärts. Twitch, alles ordentlich hochgegangen. Ähm, es war viel, auch, muss man sagen, auch durch Highlight-Compilations und sowas. Ja, definitiv, definitiv. Das sind ja die Königsmacher heutzutage. Oder die Königin-Macher. In dem Fall Queen-Shit. Äh, und dann ging es ordentlich los bei dir mit dem Stream. Ja, wie? Und der ganze, der ganze Kram ist ordentlich rundgegangen. Dann kam relativ zügig der Move nach Killer Cologne. Killer Cologne, ja. Du bist uns ein bisschen vorausgereist. Cologne, ja. Die kamen ja dann später erst nach. Und, äh, dann, wenn wir da ein bisschen Zeit noch zwischenrechnen, kam dann irgendwann die Ansage, sage mal Nova, mach mal Seven Birds Wild. Korrekt. Hab ich gemacht dann. Und dann ging es ab nach Panama. Und dann ging es nach Panama, ja. Warst du vorher schon mal in Panama? Ja. Krank. Krank. Aber auf der anderen Seite, also auf der Inselgruppe auf der anderen Seite, da hatte ich tatsächlich, äh, ich glaub fünf oder sechs Tage vor Ort frei. Schön. Richtig geil. Ah, schön. Richtig geil. Dann sind wir da von Panama City raus, auf die andere Seite, da, wie heißt es, ich glaub die Pearl Islands oder so, weiß ich nicht genau. Klingt schon edel. Wie die heißen auf jeden Fall, war richtig geil, war so ganz super rustikal da in so Hüttchen und so. Ach so. Und, äh, war geil. Dann haben die da immer, dann haben so die Natives da für uns gekocht. War richtig süß. Geil. Dann haben wir ja auch mitgeholfen und so, das war die Suite und dann war man da. Strand. Schön. Sonne. Sonne. Urlaubi. 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 Weinige Trunki. Aber so, Mittel-Süd-Amerika steckt mir sowieso erstmal geil vor. Weißt du, wo ich in Afrika gerne hin würde? Sag mir. Havanna. Havanna? Havanna, Mama. Havanna, hallo. Nach Kuba. Mal hier ein bisschen, ne, die Mucke, diese komischen Autos, die da rumfahren. Ich find's geil, ich find's auch alles geil, war ich tatsächlich aber auch schon. Tut mir leid, ich bin echt, ich bin echt richtig schlimm, was das angeht. Aber ich möchte halt einfach mal mit dir und Hoppy nochmal in Urlaub fahren. Ja, komm, wir adaptieren nicht. Ich hoffe, ich werde reich. Dann fahren wir in Urlaub. Wo willst du denn hin? Nach Havanna. Ey, ich seh mich, ich seh mich. Ich dachte, du sagst irgendwas anderes. Ich bin nach Havanna, Alter. Ich bin nach Havanna, Alter. Und jetzt, da seh ich euch beide aber auch irgendwann so. Ja, und wir zwei Mäuse. Mit olle Hoppy. Hoppy mit Sixpack. Ich da, ich mit T-Shirt. Und wir laufen da die Straßen lang. Ja, herrlich. Das sieht doch geil aus. Ich hab dann auch so eins von diesen super tollen bunten Kleidern an. Ja, ja, ja. Herrlich. Und wir dann, wir haben dann auch so diese komischen Autos, die die halt in Kuba, die sind wie, ganz kurz, was ist das für ein Ding? Diese Oldtimer, was ist das für ein Ding bei den Kubanern, dass die nur mit diesen Autos rumfahren, aber die sind, alle, das ist alles das gleiche Modell. Ich hab da mal was von gehört, aber ich will jetzt keine Falschbarheiten betreiben, geht ja auch irgendwie, also Kuba ist ja auch nicht frei und so, also das ist, glaube ich. Ich glaube, der kubanische Trabi. Ich kann, ich will jetzt da nicht irgendwie was in die Welt setzen, warum das so ist, aber ich hab mal Gedanken dazu. Mach du das. Ich glaube, es ist der kubanische Trabi, den gibt es in unterschiedlichen Farben. Aber es sind ja verschiedene Oldtimer, glaube ich, weißt du? Ja. Ich glaube, vielleicht dürfen die einfach keine Autos importieren, weil in Kuba darf ja nichts rein und nichts raus meistens. Das kann ich mir halt gut vorstellen, dass die da auf Kuba, weiß ich nicht, vielleicht keine Autoindustrie haben. Ja, aber sind die in Kuba nicht voll so Kokain-mäßig unterwegs? Ja, das kannst du ja auch auf Kuba anbauen. Kubanischer Schnee? Ja, aber da darfst du ja raus. Aber da darf keiner wissen, hast recht. Nee, ich würde gerne nach Kuba und wir dann, pass auf, wir Mäuse? Ja. Wir Mäuse, vielleicht hab ich dann auch irgendwie mal wieder was angelacht aus Versehen. Oh, das wäre doch eine Herrlichkeit. Und wir machen dann schön, wir, vier. Ein Pärchenurlaub. So richtig ganz ranziges Doppeldate-Aktion. Und Hoppe vorne am Lenker. Ja. Natürlich oberkörperfrei, wie wir es alle wollen. Natürlich. Oder mit so einem offenen Hemd bis hier aufgekippt. Ja, 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 ja. Sehe ich ihn auch ein bisschen. Darf man in Kuba kiffen? Er füllst du raus. Mit einem Joint im Maul? Ach, darf man hier sagen? Ja, das F*** sagen. Habe ich jetzt so viel Potenzial rausgenommen, dadurch, dass du dachtest, man muss hier ordentlich reden? Nee, 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 nee. Ja, du darfst F*** sagen. Muschi. Du darfst doch F*** sagen. Boah, okay. Okay, nee, ich glaube, das piepte ich, ehrlich gesagt. Egal, 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 egal. Nee, aber ich, äh, so, könntest du wie, klar, ich glaube, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf Kuba nicht Gras rauchen darf. Ja, ey, ey. Wo kein, äh, wo kein Kläger, auch kein Richter, weißt du. Ja, aber ich will in Kuba auch nicht in den Knast. Ja, das stimmt. Auch wieder, kubalischer Knast ist, glaube ich, bei mir auch so der Top 10 von allen Knasten. Wie dem auch sei, ich will nach Havanna. Dann bist du zu Seven vs. Wild. Seven vs. Wild. Wir machen wieder die Flanke zurück. Jo. So, wie war deine, also, ich weiß da so etwa, wie die, wie die Zeit davor war, ja, was da, die Game, wir hatten ja die Gamescom kurz davor, so, und da war Corona noch ordentlich ein Thema bei uns. Und du bist dann schön mit Maske über, über die Gamescom rüber, weil. Ja, war meine erste Gamescom auch als, äh, Creatorin. Als die Creatorin, wo kannst du sagen, warst du schäubig. Nee, 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 ich war aber auch Cosplay früher auf der Gamescom und so, aber war meine erste Gamescom als Creatorin und war, das war schon ein bisschen so ein Stich ins Herz natürlich, dass, äh, ich da nichts machen durfte, mit keinem richtig reden durfte, äh, auf keine, auf keine Veranstaltung gehen durfte und sowas, ne. Was aber auch im Endeffekt, dafür hab ich's natürlich super gerne in Kauf genommen. Ich mein, Seven vs. Wild war für mich unglaublich wichtig, deswegen hab ich da mir Maske rumgedackelt, hab da zwei Termine gehabt und bin dann auch wieder nach Hause und hab mich ins Bett gelegt. Dann landen da nicht so viel mit dem Kabel rum, dann kriegen wir wieder Fehler im Ton, Mensch. Entschuldigung, ich bin so ein Spielkind. Ja, ich weiß, du bist eine Spielmaus, bist du. Spielkind, Junge! Den hol ich auch noch rein. Digga, da fliegen Papageien. Den. Digga, jetzt sind diese Köln-Papageien wieder. Ah, du bist mir auch ein Papagei, du. Ja. Auf jeden Fall warst du dann in Panama bei Seven vs. Wild. Vorher war dann dieser ganze Corona-Schwachsinn, aber Gamescom noch grad so irgendwie mit Biegen und Brechen durchgegangen. Wie lief der ganze Kram ab? Ihr seid dann nach Panama rüber, dann wart ihr erst beim Hotel. Wie war der, die Ansage? War's dann quasi so, dass ihr, dass ihr wusstet, okay, in den nächsten zwei, drei Tagen ist Anpfiff, aber keiner weiß, oder war klar, okay, wir haben jetzt zwei Tage hier in dem Hotel, dann ist so Briefing und der ganze Schwachsinn. Und dann an dem Tag frühmorgens, Heidi, ja, da geht's los. Ja, so ungefähr, doch, doch. Also wir wussten schon, wann's losgeht, besonders am Tag. Also wir hatten ja einen kompletten Briefing-Tag und dann am zweiten Tag, glaube ich, nee, genau, am zweiten Tag wurde, also am ersten Tag nach diesem Briefing-Tag, oder waren das zwei Tage? Ich glaube, zwei Tage vor Ort. Und dann am zweiten wurde uns dann abends halt das Handy abgenommen, es wurden uns alle Sachen abgenommen. Und dann wusste ich halt, ja gut, geht ja morgen früh dann los, ne? Und dann ging's dann auch morgen früh los. Aber das war für uns, ich weiß, also, wir haben ja so eine, unser Freundeskreis hat so eine WhatsApp-Gruppe, äh, mit den ganzen Köln-Mäusen. Und da war jeder so, hat jeder so diese zwei Wochen gewartet, ey, wann schreibt Mova endlich eine Nachricht? Wann schreibst du endlich eine Nachricht? So, geht's dir gut, ist alles cool? Man ist ja auch mit Gedanken irgendwie so dabei, weil du da irgendwie auf so einer Insel rumhockst, so, und ihr schlürft da alle Ananas und macht euch ein Leben. So war's. Aber tatsächlich, wenn man sich ja, jetzt ist ja alles draußen so, man kann ja alles angucken, so viele Möglichkeiten gab's gar nicht, ne? Also konntest gar nicht so viel machen. Meinst du, auf der Insel jetzt? Ja, 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 es war ja alles relativ dicht. Ja, bei mir war's schon, also... Und ich glaube, ich glaube, dass, würdest du sagen, im Nachhinein war die wenigen Möglichkeiten an Beschäftigung, gerade was auch so, es ging ja nicht nur darum, dass die Ecke relativ sparsam war, an der du da warst, sondern, äh, auch schlichtweg, weil das Wetter scheiße war. Glaubst du, das, äh, das hat viel dazu beigetragen, weswegen, ähm, weswegen man so viel mit sich selbst beschäftigt war und sich nicht damit ablenken konnte, irgendwas Produktives krass zu tun? Definitiv, also, das, das mit der Produktivität, das hätte ich ja auch noch irgendwie machen können, weißt du, ich hätte ja irgendwie mich hinsetzen können und hätte dann da irgendwas basteln können oder hätte, äh, mit meinem Shelter dann auch irgendwas machen können. Also, ich habe da keinen richtigen Shelter gebaut, weil ich ihn halt nicht gebraucht habe. Ja, du hast ja relativ smart. Also, ich hatte das Einzige, was ich halt haben wollte, war halt der Schutz vor den, äh, vor den Kokosnüssen. Und deswegen habe ich halt da so ein paar Stöckchen hingebaut, das war der Sinn dahinter, weil... Aber ich hätte natürlich auch viel mehr Sachen machen können und so, aber ich habe halt auch einfach, ich war super kraftlos auch und habe mir dann überlegt, okay, die Kraft, die ich habe, die teile ich mir dann halt eher ein, äh, um irgendwie, wie gesagt, Kokosnüsse aufzumachen, ähm, oder halt gucken, was man irgendwie was Essbares findet oder sonst irgendwie. Hm, ich glaube, das Problem war halt bei mir halt wirklich so die Isolation, also, ich bin halt irgendwann legit wirklich durchgedreht. So eine kleine Sozialmaus. Ich bin eine sehr schlimme Sozialmaus, also, ich habe ja selbst Probleme, in Köln alleine zu sein. Ja, 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 ja. Also, ich bin halt, wenn ich, irgendwie, wenn mein Freund nicht da ist, dann bin ich ja trotzdem, dass ich jeden Abend... Oder wenn Hinkmann nicht da ist, dann muss man mal so quatschen auch mal. Ja, aber ich bin dann, ja, jeden Abend bin ich ja fast so, so, hey, hat jemand Lust, was essen zu gehen, was zu machen? Ja. Äh, oder ich bin dann abends irgendwie im Discord mit Freunden und spiele dann da oder streame halt, so, und, äh, das ist eine Sache, die ist in den letzten Jahren echt nochmal so, was heißt, schlimmer geworden, aber die habe ich immer noch mehr so realisiert. Früher hatte ich gar keine Probleme damit alleine zu sein. Same. Man war used to it. Ja, aber, so, ich bin halt einfach so, und ich glaube, das war halt das, was, was mich echt hat durchdrehen lassen, weil ich glaube, wäre ein anderer Mensch da gewesen, wäre das für mich ganz anders gelaufen alles. Ja. Weil ich, äh, so körperlich und so, hätte ich das alles hingekriegt, das war alles nicht so das Problem. Auch die, dieses, diese mürbende Nässe, dass mein Körper angefangen hat zu schimmeln, so, diese Luftfeuchtigkeit und der Hunger und so, das war alles gar nicht so bad. Aber halt, diese, diese Isolation und halt, glaube ich, auch, dass die Zeit so langsam vergeht, dadurch, dass ich zu wenig gemacht habe, es sind, glaube ich, einfach viele Faktoren auf einen. Pass auf, wenn ich das so, ich meine, im Endeffekt, im Netz wissen ja immer viele alles besser und alle hätten es ja besser gekonnt. Wenn ich mich in diese Situation rein, oder rein denke, ich glaube, ich würde mich sehr ähnlich fühlen, wie, wie es bei dir war, oder wie, ich vermute, wie du dich in der Situation gefühlt hast, weil, wenn ich da erstmal ankommen würde, ich stehe am Strand, so, und ich habe da so diese Situation, also, ich bin einfach da gerade, so, und ich finde da jetzt gerade einfach statt, ich schwöre, ich wäre grundüberfordert, wo fängst du an, wo hörst du auf, so, wo geht's los, äh, was mache ich, äh, wie sieht's hier überhaupt aus, ähm, und was hat das Kogodil da hinten vor? So, denn, ich glaube, alleine, das ist schon so ein, so ein, so ein Overdrive an Gedanken, wo ich halt schon sage, dann chill ich mal lieber kurz, äh, und dann kommst du vielleicht auch in so in so eine Situation an, äh, vielleicht ist es schlauer, das später zu machen, und dann schiebst du dir irgendwie deine Tasks so hin und her, äh, und dann wartest du eigentlich nur ab, und hast dann so, äh, dich nervt es dann aber auch, dass du irgendwie wieder, dass du die Zeit so langsam vergeht, und ich glaube, das ist einfach, eben für die Gedanken, eine wahnsinnig überforderte Situation, weswegen ich jetzt auch einfach oft, oder meistens sehr, einfach Quatsch finde, was die Leute da geschrieben haben, von wegen, ja, aber, ja, ich meine, jeder war ja schlauer, das muss man halt einfach mitgeben. Das, also, am Anfang habe ich das richtig getroffen, so, und das habe ich echt sehr mitgenommen, weil ich halt für mich selber gedacht habe, dass ich halt alles gemacht habe, was ich konnte, und das geht ja auch in dieser Show, geht es ja auch einfach, also, zum Beispiel, wenn ich nicht früher rausgenommen gegangen wäre, dann wäre ja, der Erfolg von einem Knossi hätte ja gar nicht so gewirkt, so, gerade weil Leute abgebrochen haben, hat das Ganze ja auch nochmal gezeigt, wie schwierig es eigentlich ist, so, habe ich gerne gemacht. Aber, so, es ist halt, es ist ja eigentlich, es ist ja ein Experiment, es ist ja dieses Gedankenspiel, wie würde es sein, und sich dem überhaupt zu stellen und das zu machen, da fand ich, also, am Anfang habe ich es mitgenommen, und jetzt tun mir die Leute einfach nur noch richtig leid, und, also, auch wenn ich irgendwelche Kommentare kriege, man ja, die holt nur rum und sitzt, also, mich, das geht mir so einen Arsch vorbein, es juckt mich so einen Scheiß, ich gucke das nicht einmal an, und da regt sich bei mir nichts, ich lege mir halt so, du kleine, minderbemittelte Wurst, Alter, tut mir einfach leid, weißt du, hör auf. Arschloch, das soll Arschloch sagen. Arschloch, du Arschloch, ja, aber das haben die nicht mehr verdient, die haben halt nicht, weißt du, so, das ist so, es tut mir einfach nur richtig leid, aber das ist ja eh so allgemein Internet-Hater, also, die müssen halt einfach mal, so, dann muss man einfach sagen, es tut mir auch einfach leid, dass eure Mutter euch nicht geliebt hat, ne, aber da kann ich auch persönlich nichts für, also, lieber mal an sich selbst arbeiten und versuchen, das mal in den Griff zu kriegen, das ist dann halt so ein Ding. Das heißt, es bringt einen, es bringt einen, es bringt einen ja auch, erst mal bringt es der Situation nichts, so, nachher, also, als ob du so. Als ob du so sagst, ey, Jungs, vielen Dank für euer Feedback, ne, wir werden tatsächlich nächstes Mal das dann anders machen. Ja, ja, so, ja, warte, nächste Woche habe ich Zeit, ja, komm, dann fliege ich nächste Woche, dann mache ich nochmal. Ja, ja, und auch so, ja, dein Platz war verschwendet, das war nicht genug Entertainment, wo ich mir denke, Bruder, dir ist schon klar, dass wir uns alle legit unser Leben riskiert haben dafür, und das hier habe ich wie bei den Hunger Games gefühlt, Alter. Ja, es ist ja auch legit so. Oh, es springt für mich, oh, es wird niemand vom Hai gefressen, langweilig, oh Mann. Ja, aber ich glaube, der einzige Unterschied liegt daran, dass sich niemand aktiv wegwichsen will da in dieser ganzen Lage, weißt du, außer irgendeinem Tier. So, aber, also, ich finde es völlig vermessen, weil keiner, also, keiner kann sich das Recht rausnehmen, von dieser Außenwahrnehmung zu sagen, hey, ich könnte das und das machen, weil es nicht geht. Habe ich auch alles gedacht, ich war ja genauso jemand, ich habe auch gedacht, ey, ich würde so und so machen, Digga, bist du verhaust, ist alles anders aus. Und deswegen, ach komm, das ist, deswegen, ich bin echt sehr, sehr gespannt hier auf, wir haben ja hier freundschaftsmäßig hier Doppelpower. Ja, so, also nicht nur Dominik auf Rezmann, Dominik und Rezmann besonders, Kevin und Dominik, sondern halt auch Humatron, Max, ne Digga, also WLAN-Welte aus Bonn, das wird ganz wildes Ding. Da würde ich gerne als nächstes drauf, ich hatte nämlich WLAN in meiner letzten Folge mit dabei, da haben wir schon ein bisschen drüber gequatscht. Wie schätzt du, du bist ja Veteranen, wie schätzt du die Chancen ein, gerade, weil, nehmen wir die auch noch mit rein, Sascha und Jens auch nochmal als Team hinterher geschoben, so nochmal in zweiter Variante, diesmal zu zweit, wie rechtest du die Chancen von den einzelnen Gruppen aus? Ich glaube, Fritz und Maddin wissen wir, das wird schallern, weil Maddin ist nicht mehr alleine. So, und ich glaube, die als Duo, das knallt, jetzt haben wir unsere Chaos-Adjudanten Rezmann und Kevin, die Edeltalk-Kolchose, die sie da leibt und lebt. Was glaubst du, wie lange werden die durchhalten? Ey, ich hoffe natürlich zwei Wochen. Sagen wir so. Keine Prediction? Nee. Okay, dann ist es diplomatisch. Ich würde, ich versuche das ganz positiv einfach zu sehen und ich wünsche mir einfach das Beste für die Jungs, ich hoffe, dass sie es weit schaffen, ich glaube, dass sie es weit schaffen werden. Ich hoffe nicht, dass sie sich auf die Schnauze aufhören. Und ich hoffe einfach, dass sie sich nicht verletzen, das ist einfach mein größtes Ding, dass sie davon keine Schäden tragen, ob es psychisch oder körperlich ist, das ist einfach das, wo ich mir so ein bisschen Gedanken mache. Hoffentlich verletzt sich da keiner, weil ich glaube, Leute checken nicht, wie gefährlich es ist. Klar, wenn du zu zweit bist, ist es nochmal angenehmer. Bei mir zum Beispiel hätte ich mir, wenn ich, wäre ich ausgerutscht auf den Stein, hätte ich mich im Hinterkopf aufgeschlagen, wäre bewusstlos gewesen, wäre ich halt tot. Ja. So. Weil jetzt würde man, ich meine, klar, ihr hattet dieses Halbwegs-Sicherheitssystem. Ja, aber das... Aber jetzt muss man auch sagen, da muss man ja irgendwie aktiv einen Knopf drücken. Du drückst halt morgens einen Knopf, um acht, wenn du aufstehst, und dann drückst du halt nochmal abends einen Knopf. Und wenn bis zwölf Uhr nachts kein zweiter Knopf gekommen ist, dann fangen sie an, nach dir zu suchen. Bedeutet, wenn du dich um 16 Uhr da irgendwie übelst zerlegt hättest... Ist irgendwie schlecht. Und dann noch haten, weißt du, unter so einem Gesichtspunkt, weißt du, das ist schon... Nee, nee, aber ich glaube, ihr kommt halt auf die Vorbereitung an, ich glaube, Dominik ist auch richtig motiviert, also der Mann geht krass zum Sport und versucht sich... Das Kampfschwein. Ich sag's immer wieder. Nee, die sind verbissen auch, und ich glaube, Kevin ist da auch jemand, ich bin halt nur gespannt... Es ist halt ganz anders, als man sich das vorstellen kann, wenn du... Also bis dahin war ich halt immer so richtig hyped und pumped, und wenn du dann vor Ort bist, dann checkst du erstmal, wie gnadenlos die Natur ist und wie gnadenlos du ausgeliefert bist, ohne so Sachen, die dich irgendwie schützen, aber wie gesagt, ich hoffe einfach, dass die Jungs das reißen, ich glaube an die, ich unterstütze sie in allen Belangen, also wenn die mir nochmal, ja, wie gesagt... Ein kleines Mentorentraining haben wollen. Ey, du wirst wissen, wie die alten, wie die Mentoren bei Hunger gehen. Junge, ich bin das einfach, ich bin einfach, äh, Haymitch einfach. Ja. Geil. Haymitch, Digger. Haymitch, Ebeneffi. Wo ist mein Rom? Und, ähm, was glaubst du, wie es bei Max und Romatra aussieht? Ich glaube tatsächlich, das wird ne... Das wird crazy. Ich glaube, das wird ne crazy Mischung. Also ich hoffe erstmal, dass, äh, ja. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, die sind von den Charactern perfekt aufgespielt. Es ist Schläber, ne? Es ist Schläber, ist das Schläberbild. Was heißt das? Schläber? Schläber? Ja. Es ist ein Sleeper. Oh, Alter, ich hab, ich hab vorhin, ich wollte nicht nachfragen, weil es so peinlich war, aber jetzt bin ich an dem Punkt. Ist das Sleeper? Wo ich mir nicht sicher bin. Das ist ein Sleeper-Team, das denkst, das erwartest du nicht und das kommt dann über hinten. Ja, ja, eiskalt übers Gesicht. Eiskalt, genau. Ja, lachen die eiskalt hinter Brücken ins Gesicht. Ne, ne, ich glaub, das ist ein super Kombi, auch von den Characters so ausgewählt, einfach, ich glaub, das ist super stark. Äh, ich glaub, einfach, dass Romatra gesundheitlich da wieder, äh, auf dem Dampfer ist, wegen seines Fußes und dann, ja. Und der Romatra-Husten, der berühmte Romatra-Husten. Oh ja, oh ja. Und dann haben wir noch den Golem, den Trimax. Ja, der wird das Ding halt durchstampfen, der wird dann da irgendwie sich da ein Shelter mit 18 Tränken reinballern und dann ist das da auch. Ich glaub, das wird ein großer Punkt, ich glaub, Max, der ist so, der geht da so braindead richtig durch. Also der furcht alles auf links, der dreht dir einen Baum, der spaltet dir den Baum auseinander. Ich glaub, dem ist das egal, glaub ich auch einfach. So ein paar Telefonbücher in Alaska zerreißt, das ist kein Thema für den, oder wo auch immer die da landen. Das wird eine geile Nummer und ich glaube, dass... Ich glaub, der ist stumpf genug, um einfach so Sachen zu machen. Ich glaub, das ist, stumpf ist Rumpf, echt. Aber Max ist auch so ein Macher und deswegen funktioniert er auch so gut, weil der einfach so Kopf durch die Wand durchzieht. Ja, ja. Aber Wieland hast du dann auch wieder dieses Besondere, Überlegte. Ja. Das ist ein Planer. Ja, und das ist auch so ein Ingenieur. Ein Ingenieur, weißt du, der sagt dann nochmal, wenn du dir den Stock in den Winkel stellst und so, dann ist die nochmal was ganz anderes. Der macht die Speere ganz irregulierend. Ich glaube auch, ich glaube auch. Und dann wird auch mal richtig eine abgeräumt. Da kannst du dann wirklich, da kannst du dann aber hier, ne? Der macht eine Reuse mit... Turbo-Ventil oder so eine Scheiße. Ich glaub auch. Ich glaub auch. Ich bin sehr gespannt. Ich freu mich sehr drauf. Es wird ja noch ein bisschen dauern, bis wir das Ganze ansehen können. Mhm. Aber ich glaube, ey, schauen wir, schauen wir, wo das hingeht. Was geht denn, damit wir das auch nochmal, ja, weitestgehend alles durch. Was gibt's denn zukünftig von Starlet Nova? Wo ist gerade, wo stehst du gerade, wo geht's... Ich glaub, wär's ein Ding? Nee. Nee, oder? Nee, ist ein Running Gag. Aber nee, definitiv nicht. Also, und auch so oft, wie ich danach gefragt habe, wäre es auch überhaupt keine Überraschung mehr, wenn ich es machen würde. Also habe ich da gar keine Bock mehr drauf. Check, check. Also dieses Soll. Jetzt ist es arschlos. Ja, das ist witzlos, weißt du, wo ist der Überraschungseffekt, weißt du? Okay, aber wo geht die Mission jetzt hin? Ich weiß es nicht. Was machst du da, du machst einfach? Ich mach einfach, ich versuch halt einfach so, glaube ich, den Weg zu finden, der mir am besten gefällt. Wo ich halt dann irgendwann sag, so, okay, also bei mir ist halt irgendwie alles sehr schnell, sehr viel so passiert. Ja. Und ich brauch, glaube ich, einfach... Mach mal ein bisschen Piano. Ja, und einfach ein bisschen rauszufinden, ey, wo ist denn jetzt genau meine Nische, wo ist denn jetzt genau der Content, den ich machen will. Und da bin ich dran. Aber man muss halt ausprobieren. Ist es was, was dich viel umtreibt, beziehungsweise was dich belastet oder bist du relativ entspannt davor? Also das Ding ist halt zum Beispiel, ich kann halt zum Beispiel sowas wie streamen, das ist halt ein No-Brainer, weißt du? Ja. Das mach ich an und das läuft und da muss ich nicht so viel drüber nachdenken, weißt du so. Aber es geht halt eher um so YouTube und so, weil ich halt manchmal so das Gefühl habe, dass ich kreativ nicht genug ausgelastet bin. Und bei Streams hast du ja immer, du hast ja nie das fertige Produkt, brauche ich dir nicht zu erzählen, ne? Ist ja genau das Ding, sondern du hast halt immer nur einen Prozess und du hast nie mal, dass du sagst, guck mal, ich habe jetzt dieses Video. Ich habe halt auch viele Ideen, die so bei mir im Kopf rumschlabustern. Und ich schaue jetzt einfach mal, wohin es geht und was ich auch einfach wirklich machen will, weil ich ja manchmal so ein bisschen den Esprit verloren habe zum Content-Createn. Und das ist halt eigentlich nicht, wie es sein sollte. Also, dass man Bock hat, Content zu kreieren, das muss ja aus dir rauskommen. Dazu bist du ja Content-Creator, das ist dieser Drive, der einen dazu, sowas wie Kevin oder so, der kann ja nicht mal still sitzen, ohne irgendeine Video-Idee zu haben. Oder wie Felix. Felix ist ja noch kranker. Felix ist wirklich, der ist komplett krank. Felix ist geisteskrank. Also bei dem dreht sich halt ja den ganzen Tag lang nur darum, was macht er von Content und das kommt halt trotzdem ja so aus seinem Herzen irgendwie raus. Und das fehlt mir immer mal so ein bisschen im Moment, aber da versuche ich halt wieder anzuknüpfen und ja, meinen Weg zu finden. Aber es gibt schöne Zeitprojekte, du hast jetzt vor kurzem was gelauncht. Schmuck. Ja, genau. Schmuck. Das ist aber... Für die Videopodcast-Show. Ich weiß nicht, wie lange ist der verfügbar? Bis gestern. Bis gestern? Ja. Ja, dann habt ihr Pech gehabt. Sorry, Leute. Nee, aber finde ich alles super Sachen. Ich schaue mal kurz, wo wir sind. Wir sind jetzt bei 55 Minuten. Ich würde voll gerne die Folge eigentlich noch länger machen, aber ich muss pullern wie Sau. Deswegen kommen wir jetzt zum finalen Segment und das ist das Segment von allen, das ist das Lieblingssegment. Das ist auch Shorty's Lieblingssegment. Shorty hat gar kein Lieblingssegment, ich muss das nur sagen. Ich bezahle dich nicht dafür. Wir kommen zum sagenumwobenen, wunderbaren, händeschwitzenden, sexuellen und wunderschönen Cornerbuch. Kannst du das Cornerbuch? Ja. Hast du schon gewinnert? Ja, hab ich schon. Hast du dich auch gewinnert? Okay, der baust. Also fangen wir an mit dem Cornerbuch. Übrigens, das Cornerbuch, wer zum ersten Mal schaut, guckt und hört, ist mein Freundbuch. Da trägt sich jeder in der Corner ein, der in der Corner war. Und da kriegt jeder jetzt ein paar Fragen. Es kommen wieder mal Fragen dazu. Manchmal vergesse ich auch welche. Jetzt habe ich mir sie genau aufgeschrieben. Deswegen keine Kritik an der Stelle. Das Cornerbuch, Frage Nummer 1, Name. Antonia. 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 Den Nachnamen weiß man nicht, ne? Den behalten wir. Soll ich hier jetzt liegen? Den behalten wir für uns. Ja. Okay. Spitzname Nova. Nowatzki. Dirk Nowatzki. Ich habe viele Variationen mir überlegt. Ja, okay. Spitzname. Dirk Nowatzki ist eigentlich ein gängiger. Nowatzki. Wie nennst du mich denn sonst so? Maus. Mutti. Mama. Mutti. Mama. Stimmt, das ist auch alles gut. Mama Novi. Such dir was aus. Schnucki, Maus. Schnucki, Maus. Herrle, Püppi. Schnalle. Traumfrau. Olle. So willst du am liebsten genannt werden. Toni kann man eigentlich auch sagen. Ja, aber das machen super wenige irgendwie. Es ist so ein bisschen ausgestorben. Also ich glaube, dass halt die meisten mich halt kennengelernt haben, als es schon so Nova-mäßig etabliert war. Aber ich finde, das ist ein geiler Name. Dankeschön. Oder? Vielen Dank. Shorty sagt ehrlich geiler Name, oder? Nova. Super. Danke. Nova, super. Ja, gut. Geburtstag weiß ich eh. 10.04.1999. Ja, und wenn ich da ja jetzt das Jahr... 99, weiß ich. Okay, stimmt. Das ist wirklich doof. Ich habe einmal versagt. Ich habe einmal verkackt. Aber jetzt weiß ich. Das hat sich eingebrannt. Stark. Sternzeichen widdert, aber auch wenn ich lange diskutieren. Wäre jetzt Arschluss, wenn ich es nicht wüsste. Was denn, Ascendent? Was denkst du? Ascendent ist Zwilling. Zwilling. Zwilling? Ja. Ich weiß meinen nicht mehr. Ich glaube, ich glaube... Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Jodie wusste auch auf Anhieb. Ja. Jodie hatte, glaube ich, Waage. Cool. Ja, bestimmt. Ja, und mein Mond ist im Wassermann. Falls ich immer gegen jemanden interessieren. Die Grüße gehen raus. Geil, geil. Was ist Novas Lieblingsdrink? Was trinkst du gern? Alkoholisch? Ist egal. Alles, was geht. Muss nicht, kann. Natürlich Red Bull. Ah, stark. Und sonst, ich bin so ein Skinny Bitch Verköstiger. Ja. Das bin ich guter Fan von. Genauso wie Granatapfelsaft Kombination Wodka. Ja. So wie Aperol Spritz geht immer, ne? Aperol. Aperol Spritz. Ich habe sogar... Ah, das kann ich dir gleich zeigen. Ich habe so einen Kühlschrankmagnet mit dem Aperol Spritz dabei. Doch, der bin immer dabei. Hast du immer dabei? Ja, weil ich kann dir in meinen Kühlschrank gehen. Ich klebe mir noch keinen richtigen Kühlschrank ab. Das war ein Talisman. Du hast so einen Kühlschrank, oder nicht? Ja, aber das ist ja so ein Bückkühlschrank ohne Metallwaren, weißt du? Ach, scheiße. Ja, ja. Das ist Quatsch. Das ist echt scheiße. Der war dumm zu ihm. Also, schreiben wir rein. Den Aperol? Oder den Skinny Bitch? Aperol! Darf man Skinny Bitch sagen? Ja, klar. Podcastoda sagt man, ne? Ja, das ist aber ein Kölner Ding. In Hamburg ist das so ein Skinny Bitch. Ja, denke ich auch. Also, das ist ja auch nicht irgendwie eine despektierlich gemeinte Art und Art und Weise. Ey, ich bin gerade echt, da würde ich auch kurz abbrechen. Ich muss echt, ich muss saupullern gerade. Wir können auch uns beeilen einfach. Wo kann ich hier pissen? Nirgendwo, Schatz. Scheiße. Okay. Wir machen mal, ey. Echt kacke. Das war mir unangenehm. Eine unangenehme Situation, Schnurr. Boah, Seven of Us Wild. Seven of Us Wild? Ne, was war mir unangenehm? Ich bin immer super unangenehm. Ich habe super unangenehme Sachen, die mir passieren. Habe mich mal vor meiner Haustür eingepisst. Ehrlich? Ja, ja. Ja, das passiert mir auch gleich. Ja, war nach dem Sport, war total herrlich. Und dann habe ich die Schlüssel fallen lassen und dann war vorbei. Oh nein. Ja, ja, ja. Das ist doch scheiße. War super. Ich habe die Schlüssel fallen lassen. Das ist doch kacke. Das hasse ich. Das hasst du richtig. Was ist das richtig scheiße? Was ich hasse? Ja, was ist das richtig kacke? Ich hasse eigentlich gar nichts. Das ist wieder so eine Jodie-Antwort. Ne, aber ich will nicht so richtig einen Hass empfinde. Also selbst Leuten, die ich richtig abgrundtief dumm finde und richtig nervig so. Ja, aber es ist gut. Es ist gut. Aber selbst da würde ich nicht sagen, ich hasse die Welt, das ist viel zu viel Emotionen. Was hasse ich? Das ist so eine richtige Poeten-Antwort jetzt hier. Boah, ich finde so Insekten-Scheiß-Mücken-Kacke. Dumme Kommentare. Dumme Kommentare. Und wenn ihr euch nicht lieb habt. Dumme Kommentare zu SELFOR IS WILD. Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, Transphobie finde ich scheiße. Finde mir schlecht. Das hasse ich. Wir hassen das. Norddeutsche hassen das. Ist so. Mag ich. Was magst du richtig gerne? Ja. Ja. Das hat noch keiner gesagt. Keiner hat gesagt dich? Nein, nein, nein. Die haben alle aber gesagt, ja, Clash Royale oder so eine Scheiße. Nee. Du kannst auch mal Henke sagen. Finde ich auch einfach wichtig. Auch mal Henke sagen. Henke. Und Henkes Corner. Gibt es noch was anderes? Den Hoppy. Ja, Leify Hoppy. Grüß dich raus. Leify Hoppy. Mein Mann. Viel Maus. Noch nicht. Alles, was du magst. Geld. Geld. Krumm. Was ist deine Lieblingsbeleidigung? Du oller Nuttenbäcke. Das sind Variationen. Meine Lieblingsbeleidigung. Du Fisch finde ich immer richtig stark. Oh, stark? Ja, ist gut. Den hatten wir noch nicht. Boah, ich bin gar nicht so ein Beleidiger. Du Ochse magst ja auch immer gerne. Ja. Aber tatsächlich, ich muss ehrlich geschehen, er ist einfach Hurensohn. Es ist leider so, weil ich nie... Weißt du, was das Geile ist? Wir haben jetzt die Quote, du bist jetzt... Wir haben jetzt... Ist das die vierte Folge? Ja. Vier für Nova. Vier Buchstaben. April. Sie haben eine Conspiracy aufgebaut. Aber du bist die dritte Person, die Hurensohn angibt. Ja, es ist aber auch irgendwie nicht... Das Problem ist halt, eigentlich beleidigt man ja die Mutter der Person, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil Mütter sind tolle Wesen. Aber ich finde, das Wort ist vom Klang her und der Aussprache einfach so... Das fetzt einfach so rein. Aber das kracht auch einfach. Und das ist halt leider das Problem. Schreibt doch bitte mal gerne irgendwie in die Kommentare, ob es eine ähnliche Beleidigung gibt, die genau so einen Pfiff hat und genau so einen Keulenschwung. Letztens sind mir wieder Nuttenkasper über die Klippen geblieben. Nuttenkasper ist auch stark. Nuttenkasper. Ey, ganz stark. Oder Hundebengel, finde ich auch geil. Hundebengel ist ja auch richtig geil. Ja, ja. Also schreibe ich rein, ähm, Fisch. Joa. Ist gut. So, ähm, das würde ich machen, wenn ich keine Influencerin wäre oder Streamerinkonditioner oder Streamerinkonditioner wäre. Boah. Eine Asi-Frage. Boah, crazy, geil. Ist eine geile Frage. Ich würde mir, ich würde, glaube ich, auf irgendein Konzert gehen oder so. Ich glaube, ich würde mir alle Drogen der Welt mal reinfahren einfach. Das ist aber kein Job, Dova. Ach so, Job. Ich dachte, wenn ich, okay, okay, okay. Nein, nein, was du beruflich machen würdest. Ach so, ja, genau. Du kannst doch sagen, was du gerne im Sommer machen würdest. Ich würde gerne Drogen ticken auf dem Bergischen Platz. Äh, ich würde, ja, ich wäre Kellnerin, glaube ich, oder Flugbegleiterin wieder. Kellnerin? Ja, ich mag Gastronomie oder ich würde, glaube ich, Meeresbiologie studieren oder so. Das finde ich süß. Ich würde irgendwas studieren. Vielleicht Archäologie oder Meeresbiologie oder so. Archäologie ist auch geil. Ja, kein Cent verdienen, aber Fisch. Ein bisschen rumgraben. Irgendwas Schönes. Oder ich würde einfach Mutti oder so. Mutti, auch. Hätte ich Bock drauf. Das weiß keiner. Keiner weiß das über dich. Gibst du einen, den holen wir jetzt wieder gerade. Das weiß keiner. Mhm. Dass ich mal Lokopädie gemacht habe. Siehste, da haben wir uns für dich rein geholt. Freunde, wirklich, mir platzt gleich alles. Ich impotiere. Du bist auch schon so hier. Ich muss es abmoderieren, ich muss es abmoderieren. Sinnbildlich. Machen wir die Kiste zu. Herrlich. Das war die Corner mit Nova. Ich bin super dankbar, dass du mit dabei warst. Ich fand es sehr, sehr schön mit dir. Danke fürs dabei sein. Ich küsste, ich hab dich so lieb. Wir müssen jetzt auch nochmal symbolisch die Hände schütteln. Das machen wir nämlich immer. Schön. Oh, deine Hände sind ganz warm. Das ist toll. Ja, ich habe warme Hände. Hab die gerade an den Sack gehalten. Spaß, Spaß, Spaß. Freunde. Freunde. Ihr könnt den Podcast konsumieren. Auf Spotify, YouTube, Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Etc. PP. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Gast weiß ich noch nicht. Ist mir bisher jetzt auch noch egal. Check Nova aus. Das finde ich. Vielen Dank an Shorty, weil er heute wieder so affengeil war hinter den Kameras. Und bis dahin, gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. Tschüssi. Tschüssi. Jetzt soll aber schnell Pippi gehen, ne? Was soll die Pippi hier spielen? Ich hab mir einen Schwerd. Ich hab mir einen Schwerd. Tschüss.